Hallo beim Witz des Tages, heute der Fünftchen und Steakwitz. Und so euch. Hallo Leute, heute der Fünftchen und Steakwitz. Den habe ich hier von meinem Facebook-Kanten, Moment, sag ich mal eben hier, äh, Nora Mayer, der Facebook-Kante von mir, der hat mir den geschickt. Könnt ihr mir auch mal geschicken, dann erwähne ich euch. Und zwar geht das so, ähm, ist ein Gast im Restaurant und sagte zum Ober, ähm, ich warte jetzt schon zwei Stunden auf meinen Fünft-Minuten-Steak. Dann meinte der Ober, dann seien sie doch vor, dass ich mir keine Tagesüber gestellt habe. Da fand ich gut den Sitz. Ja, Ober, ich warte schon ähm, zwei Stunden auf meinen Fünft-Minuten-Steak. Ja, dann seien sie doch so froh, dass sie keine Tagesüber bestellt haben. Erklärung, ähm, mein Fünft-Minuten-Steak ist eigentlich nach fünf Minuten fertig. Und wenn das zwei Stunden dauert, ähm, dann dauert eine Tagesüber, ähm, ein Tag dauert, dann wahrscheinlich eine Woche, bis man die kriegt da. Okay, tschau, kau, kau.